Auf dem UN-Milleniumsgipfel kamen im September 2000 die Staats- und Regierungschefs von 189 Ländern zu einer einzigartigen Vereinbarung zusammen. Auf Initiative des damaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan beschlossen sie acht Millennium-Entwicklungsziele, die bis 2015 gemeinsam erreicht werden sollen. Ziele waren und sind die Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, Primärschulbildung für alle Kinder auf der Welt, die Gleichstellung der Geschlechter und eine Stärkung der Rolle der Frauen, die Senkung der Kindersterblichkeit, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Müttern, die Bekämpfung von HIV-AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten, ökologische Nachhaltigkeit und der Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung. Wenn gleich nicht alle Ziele bis zum Ablauf der Frist im Jahr 2015 erreicht werden, so haben die Millennium- Entwicklungsziele doch etwas Bedeutendes geschafft. Sie haben auf einzigartige Weise die Aufmerksamkeit der Welt auf konkrete Missstände gelenkt und Fortschritt messbar gemacht. Doch wie soll es nach 2015 weitergehen? Wie reagiert die Welt auf neue, globale Herausforderungen? Welche neuen Prioritäten sollen gesetzt werden? Und mit welchen Strategien können die einzelnen Ziele erreicht werden? Intensiv diskutiert die Weltgemeinschaft im Nachgang des Rio-Plus-20-Gipfels derzeit, welche nachhaltigen Entwicklungsziele, englisch Sustainable Development Goals, bis zum Jahre 2030 unser Handeln anleiten sollen. Diskutieren auch Sie mit!